Ich möchte mich gerne mit meiner Teleportation fortbewegen. Chicken sprint doch einfach. Aber dann werden alle auf mich aufmerksam. Ist doch egal. Solange es keine bösen Wachen sind. Dann machst du halt einen deiner Karate-Moves. Ich kann kein Karate. Hauptsache, ich kann mich hier oben verstecken. Verschlossen? Ja, nicht wahr? Hab ich! Chicken, wenn ein Riegel vor gewesen wäre oder so, würde es heißen, ja, blockiert und nicht verschlossen. Irgendwie hat es sich nicht gelohnt, ins Bad zu gehen. Flaschen! Und unten sind ganz viele Zivilisten. Denkt ja auch gerade das gleiche, was ich denke. Nicht? Schade. Ich werde ich zwar wahrscheinlich alle jetzt aufschrecken, aber hey. Ach, wieso denn nicht? Sprecher doch. Wer hat da gerade gesäufzt? Gute Nacht! Gute Nacht! Ja, und ich sagte immer, eine Leiche! Definitiv hast du das gesagt. Definitiv. Und hier ist es so dunkel, Hilfe! Ich habe nur Angst davor, was in der Dunkel einfach auf mich lauert. Jetzt spulen. Und große, 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 böse, böse, böse Achtbeiner, die von der Decke auf mich runterriegeln. Gerade mal nach oben gucken. Nee, da ist keiner. Was willst du? Dove Zivilistin! Sei nicht so gemein zu mir! Guck mich nicht an! Ich bin doch schüchtern! Deswegen rennst du auf sie zu. Ah, mach ich auch im Rühlauf! Wenn ich mich zu schüchtern fühle. Wenn ich auf die Leute zu, schlag sie in die Fresse und dann knuddel ich sie. Nein, das tue ich nicht! Definitiv nicht! Ah, Betäubungsbolzen! Was ist denn so etwas, auch wenn ich es nicht mehr brauche? Und der Ofen wurde zugemauert. Mr. Ofen! Mr. Ofen! Was ist denn noch jemand? Überraschungsantriff! Du hast frei! Leg dich schlafen! Hu dich aus! Kunstsammlung! Wird ein Hitkorvo, wird ein Hit! Was im Brunnen? Nö! Hauptsache wir fliegen auch Schmetterlinge rum! Juhu! Schmetterlinge! Schmetterlinge übernehmen die Welterschaft! Eigentlich nicht, denn hier sind viele aufgehangen. Aufgehängt. Was auch immer. Hingeklatscht zu Tode! Genau wie du! Vögeleins! Da muss man euch doch lieb haben. Falkenangriff! Die wusste auch nicht, wie ihr geschieht. Oh, du bist heute so brutal. Das sagt die richtige Chicken. Das sagt die richtige. Ach, ich bin doch immer ganz lieb und zärtlich. Nicht wahr, Rappi? Würde ich zwar fragen, aber... Er guckt's nicht. Dann stellt euch einfach die Antwort von Rappi vor. Stellt es euch vor. Oder fragt ihn persönlich. Ja, fahrt zu ihm nach Hause. Er wohnt irgendwo auf dem Planeten Erde. In einem Land vor unserer Zeit, denn er ist ein Schafzahn. Ein Velociraptor. Aha, 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 aha. Wieso ist die Tür offen? Hier bin ich noch gar nicht hingegangen. Hätten aber ruhig hier auch ein paar Blumen anpflanzen können. Hier, das mit den Blumentöpfen finde ich irgendwie ein bisschen schöner. Wieso haben die das rausgenommen? Also diejenigen, die hier in der neuen Gegenwart... Da muss ich den Gärtner wohl in den Hintern treten. Mr. Gärtner! Kommen Sie mal her! Ich habe da eine Beschwerde vorliegen. Von einem gewissen Fräulein-Hühnchen. Diese Beschwerden sollte man ernst nehmen. Ja, das Loch ist auch jetzt gestopft. Das heißt, macht alles in der richtigen Reihenfolge. Und ihr könnt alles bekommen an Loot. Und wenn nicht, habt ihr halt verkackt. Verkackt, dann gibt es auch keine Runen vor euch, keine Knochenartefakte, kein gar nichts. Ein Messzylinder. Ein Messzylinder. Dem schmeiße ich die nächste Person an den Kopf. Los, gib mir eine Person. Gib mir eine Person, Person, Person. Hier ist keine Person, nirgendwo. Keine Person. Und die Küche ist jetzt anscheinend hier unten. Aber die Frage ist dann, was ist oben? Wo die Küche war, einst. Hier oben noch irgendwas? Ich schnaufe mich so angewidert rum, Corvo. Nee, das ist eher sein Schnaufen. Ach du Scheiß, ich muss schwere Arbeit leisten und mich überall hochziehen. Los, gib mir eine Person. Ich habe ihn nicht an den Kopf getroffen. Das ist ja das Schlimme. Du bist also der Gärtner, hä? Ich würde behaupten, dass du der Gärtner bist. Ich möchte dich gern da drauf legen. Legen, nicht schmeißen, Corvo. Da kann ich dich in einer deiner Schränke sperren. Nee, wir machen den Kasten auf. Wir machen jetzt einen auf Oblivion damals. Mit dem Aufzug. Ich muss nicht mal das Ding öffnen. Warte. Mach dich auch noch kaputt. Flatsch. War nicht sehr effektiv, weil das Glas kaputt gegangen ist. Aber hey, jetzt ist er wenigstens ein ordentlicher Gärtner. Denn das macht man als Gärtner. Definitiv. Habe ich gehört. Dann können wir eigentlich auch hier gar nicht mehr die Abkürzung benutzen durch den Tresor. Ja. Mit mehr Kabelwerkzeuge. Was haben wir hier, ein Sarg? Ist das ein Geschenk für mich? Definitiv, Chicken. Definitiv. Wenn du gegen Delilah verlierst, wirst du da reingeschoben. Ah, sieht gemütlich aus. Ja, da kommt man sich vor wie in einem Kuschelzimmer. Nennt man auch Gummi-Zelle. Und so kuschelig ist es nicht. Und das Weiß macht einen depressiv. Und dann weist man sich die Fußnägel runter. Weil, nee, das haben wir gar nicht mit den Fußnägelen gemacht. Denn Edna bricht aus. Wir haben mit dem Stuhl den Fußnägelen andere Sachen gemacht. Naja, ihr kennt ja das LP. Wenn nicht, guckt es euch an. So, wir waren jetzt unten. Wir waren hier. Und hier oben. Nächster Raum. Die Eingangshalle. Zwei Trantüten. Arbeitest du nicht in einem anderen Bergwerk? Ja, schon. Was willst du? Geh! Und schon wieder wohl Dialog unterbrochen, weil Leute mich gesehen haben. Wir wollen dich hier nicht. Warum denn nicht? Begangs gemacht. Alle sind immer so gemein zu mir. Das ist nicht nett. So, wo ist Mr. Fiesling jetzt hingelaufen? Irgendwer schnappt sich leuchten auf der Straße. Wo bist du? Wo bist du? Aber Hauptsache, er packt erstmal seinen fetten Schläger aus. Nee, 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 nee. Ach, dafür klickt man sich einmal. Deswegen habe ich den Kronowandler-Vieh nicht so gern in der Hand. Mein einziger Makel an dem Level. Kannst du mal vielleicht auf eine andere Taste legen können. Kannst du mal auf eine andere Taste legen können? Und ich sage mal so, weil ich nicht genossen habe, ich habe gehustet. Und dann war ich wieder die Dumme. Nur damit die anderen recht behalten können. Voll viele Schmetterlinge. Überall Schmetterlinge. Anstatt sie in den Bilderrahmen zu stopfen. Wie wäre es, wenn du dir ein Terrarium mit lebendigen Schmetterlingen hältst? So ein gigantisches Terrarium, wo du reingehen kannst. Und überall fliegen dann Schmetterlinge herum. Und haben ein schönes Leben. So ein begehbares Terrarium. Komm mal mit. Vor der andere auch nur irgendwas von mir will. Aber ich sehe schon mal einen Billardtisch. Also ist die Küche jetzt ein Gamerzimmer. Sehe ich das richtig? Da ist der Billardtisch einfach nur für die Arbeiter. Dass sie sich ein bisschen amüsieren können. Während der Mittagspause. Und es wird halt so zurechtgestrichen wie eine Küche. Obwohl, die haben hier eine Bar installiert. Gibt es auch in der Vergangenheit. Ist also hier reingegangen, um sich hinzusetzen. Du machst also auch gerade Pause, hä? Was ist, überlegst du dir aufs Klo zu gehen? Das kannst du gerne haben. So. Jetzt hat er einen feuchten Hintern. Weil gerade die Toilettenspülung lief. Wie ist das abgeschlossen? Abgeschlossen. Abgeschlossen vor allem. Irgendwas vorgezogen. Einfach weil. Einfach weil, Chicken. Nichts in Schubladen. Ja, hier geht ja nicht auf. Gehen wir erstmal ins Esszimmer. Ja, und dann gehen wir hier die Treppe hoch. Wir haben auch schon wieder so viele tausende tote Schmetterlinge hängen. Weil Lebende würden wegfliegen. Jagdtrophäen. Nee, 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 nee. Dann hänge ich bald zu euch alle auf in meinem Museum als Jagdtrophäe. Wird doch euch das gefallen. Also jetzt die ganzen NPCs. Es soll nur ihr Zuschauer und auch mein Museum. Ja, mein Legacy of the Dragonborn 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 Museum.